So wie die Leber mit ihren Aufgaben wächst, wächst auch das Maxtube-Team. Die Redaktion beschloss, einen weiteren Mitarbeiter ins Boot zu holen. Bei dem Neuen handelt es sich um Chris Mogel. Da Kollege Hanisch und ich wissen, dass wir unserer treuen Maxtube-Gemeinde nur das Beste anbieten können, muss sich der neue Kollege zunächst einem von Kollege Hanisch und mir in akribischer Weise ausgearbeiteten Aufnahmetest unterziehen. Was dies bedeutet, sagt uns der neue Kollege Mogel nun selbst. Dann wollen wir doch mal sehen, was mir die Kollegen hier für Aufgaben aufgetragen haben. Zieh dir endlich mal was Anständiges an. Das können wir gleich erledigen. Würde ich sagen, erste Aufgabe erfüllt. Was haben wir hier als zweites? Lass die Schüler einmal nach deiner Pfeife tanzen. Ja, das kriegen wir auch hin. So, was haben wir hier noch? Bringe die Schüler dazu, dir aufmerksam zuzuhören. Da fällt mir was ein. Bringe die Schüler, die sie aufhören. Oh, they won't let go. Exit and O's 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 Dann würde ich mal sagen, alle Aufgaben erfüllt. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, I'm sorry. Bis zum nächsten Mal.